Liebe Lieblings-Oma, ich melde mich mal endlich wieder mit einem Video aus den Bergen. Jetzt ist der Umzug zumindest so weit wie möglich geschafft. Nur die Vorhänge müssen wir noch aufhängen. Aber das meiste ist geschafft und heute sind wir in der Früh zwei Minuten zum Zug gegangen. Direkt von unserer Haustier raus und sind in den Zug in die Berge eingestiegen. Und jetzt bin ich im Lengriser Tal hinten. Und wir sind in den Geistach ausgestiegen und es ist so schön herbstlich. Vielleicht hast du auch meine Postkarte schon bekommen mit den schönen Herbstbildern aus München. Ich war nämlich auch mit meiner Klasse an der Isar und die Parks sind natürlich so schön bunt und farbenfroh. Und das ist richtig schön, die schöne Farbenpracht zu sehen. Und ich mache das auch gerade mit meiner Klasse. Also wir waren eben mit meiner Klasse schon an der Isar und haben nur aus so bunten Blättern so Kunstwerke gelegt. Und jetzt lernen wir nämlich die verschiedenen Baumarten wieder. Weißt du noch, ich habe doch auch mal bei dir die verschiedenen Nadelbäume alle gesammelt. Und jetzt bin ich gerade dabei, verschiedene Laubblätter zu sammeln, weil ich nämlich morgen mit meiner Klasse in den Wald fahre. Und dann sollen sie immer verschiedene Bäume erkennen und beziehungsweise da die Blätter finden. Und da brauche ich immer ein paar Vorbilder jetzt dafür, dass sie die dann finden. Und ich habe schon Ahorn gefunden. Hier liegt auch ganz viel Ahorn. Die sind so viel gelb. Und ich habe auch schon eine Linde gefunden und Birke und Eichen. Eigentlich habe ich jetzt fast alle. Ah ja, Buche brauche ich noch. Aber da gibt es viele. Liebe Oma, wie geht es denn dir? Ich freue mich schon, wenn ich dich wiedersehe. Ich komme Anfang der Herbstferien, also nächstes Wochenende. Und der ist so schön sonnig jetzt heute hier. Da hinten sieht man die größeren Berge. Was sind da da hinten? Das Karwendel. Irgendwann. Und da gehen wir heute rauf. Es ist nur ein Hugel auf die Sundratten. Und setzen uns in die Sonne. Hab dich lieb, liebe Oma. Freue mich schon, wenn ich mit dir rausgehen kann. Bei euch ist bestimmt auch schön Herbst. Ganz liebe Grüße aus dem Lenkrieser Tal. So, liebe Oma, jetzt sind wir gerade in den Schatten gekommen. Da oben spitzt noch die Sonne raus. Und die Kühe gehen gerade ganz schön ab. Die kriegen nämlich gleich auch Futter. Da ist, glaube ich, gerade der Bauer vorbeigefahren. Und hat der Heu geladen. Und die Kühe wissen schon, da gibt es jetzt Futter. Und die Kühe gehen. Oh mein, jetzt sind wir am Gipfel. Oh, schau mal, hinter mir ist das Gipfelkreuz. Und da sieht man ganz schön, jetzt sind wir nicht in der Oberland. Und ich drehe mal die Kamera um. Also, da ist so das Münchner Oberland. Da ist der Schliersee dahinter. So, und da sieht man jetzt rüber. Das ist der Wendelstein. Da sieht man den Wendelstein. Und da wollten wir heute eigentlich rauf, aber wir haben ein bisschen verschlafen. Den Wecker wieder ausgeschaltet. Und dann sind wir doch nicht bis zum Wendelstein gefahren, sondern hier auf den Rechelkopf. Ich glaube, da hinten sieht man noch den Hirschberg. Ah, und den Roststein-Buchstein. Da sind die beiden Spitzen da. Oh, da sind ein paar Leute da. Und da drüben ist das Kavendl und da drüben wohnt der Julius. Da sieht man nämlich die Benediktenwand, Oma. Schau mal, da hinten wohnt der Julius. Da ist die Benediktenwand und da dahinter wohnt der Julius unten. Da hinten ist das Kavendl. Also, liebe Oma, ganz, ganz liebe Grüße hier vom Rechelkopf. Und ich drücke dich ganz fest und ich freue mich, wenn ich dich wiedersehen kann und schicke dir ganz, ganz liebe Berggrüße. Hab dich ganz unendlich lieb. So, liebe Oma, jetzt sind wir auf der Sunnbraten. Da ist eine große Wiese und da sieht man Wunderschallen da ins Isartal. Da drüben auf die Benediktenwand unten das Brauneck. Und da unten sieht man die Isar. Da, wo die vielen Bäume durchlaufen. Und da drüben am Haigelkopf und am Zwiesel, da waren wir auch schon öfters. Also, ganz herrlich bunte Lauben. Schau mal die Farben an. Schön, oder Oma? Da sieht man, wie sich die Isar schlängelt. Da. Und da hinten sieht man das Kavendl. So, liebe Oma, und jetzt siehst du noch ein paar Bilder, was die Tante Petra heute gemacht hat. Die hat nämlich heute das Grab für alle Heiligen gepflanzt. Und da siehst du, dass sie in der Mitte so einen schönen, runden Kranz aus Grün und Gelb, äh, Grün und Weiß gemacht hat. So außen so Büsche und ein bisschen Heidekraut. Und in der Mitte sind Mamas Lieblingsblumen, ein, zwei Christrosen. Und ich finde, das ist sehr, sehr schön geworden. Da hinten siehst du auch das Foto vom Opa und das Foto von der Mama. Und vorne ist ganz schön der Thymian angewachsen und hinten ein bisschen Moos in der Ecke. Da siehst du jetzt noch mal den schönen Kranz in der Mitte. Voll schön geworden. Und das Efeu da vorne, das sieht auch toll aus.